So Leute, das ist die Handkastagnette. Die ist selber gebaut aus zwei Scheibchen, drei Öschen und einer Maurerschnur, das da oben ist zum Befestigen. Und da kann man schickeln fürs Hämmerchen im Ohr, fürs Schicksal, für die Zusammenkunft. Und da schicke ich jetzt viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, viel Freude, viel Spaß, sei auch mit dabei. Untertitelung des ZDF, 2020